Lieber Michael, aktuell ist die große Herausforderung natürlich immer noch die Pandemie. Aber was siehst du für die Zukunft im Gesundheitswesen allgemein als die größte Herausforderung, für der wir stehen? Also persönlich glaube ich schlicht und einfach, dass die Aufrechterhaltung eines gut funktionierenden Pflege- und Betreuungssystems eine der Mammutaufgaben für die nächsten Jahre sein wird. 2021 ist das erste Jahr, dass in Österreich mehr Menschen leben, die über 65 sind, als unter 20. Im Jahr 2040 werden das nicht mehr 19 Prozent, sondern 26 Prozent der Bevölkerung sein. Und wir reden hier von Menschen, die bereits da sind. Das ist unumkehrbar. Das heißt, der Bedarf im Bereich der Langzeitpflege, der Betreuung wird enorm steigen. Und wir wissen gleichzeitig auch, dass die Menschen mit demenzieller Beeinträchtigung steigen werden. Das heißt, der Betreuungsbedarf ist enorm. Und hier ist es mehr als an der Zeit, eine große Pflegereform, wie sie derzeit auch angedacht wird, jetzt einmal wirklich anzugehen und zu schauen, dass das in gute Bahnen gelenkt wird.